Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es mal um das Thema Kontrast erhöhen. Wenn ihr mehr Kontrast gewinnen wollt, dann nehmt ihr eure Hintergrundebene und zieht sie auf das Symbol für eine neue Ebene, dupliziert sie damit und stellt dann die Füllmethode auf weiches Licht. Wenn es euch dann zu viel Kontrast ist, könnt ihr die Deckkraft der Ebene noch reduzieren oder aber mit einer Ebenenmaske arbeiten und das Ganze partiell auch wieder ausblenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihm so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.